Ja und jetzt kommt es ein weiterer Part von Splatoon 2 Online. Heute können wir uns ein bisschen mehr leisten als im letzten Part. Wir haben 10.000. Also haben wir mehr als die Hälfte plus gemacht, immerhin. Und das werden wir jetzt ausgeben. Für was? Weiß ich noch nicht. Das muss ich noch herausfinden. So. Also, ich würde dann mal... Wir haben so viele Pinsel vor uns. Dann nehme ich einen Pinsel mit, einen Quasto. Und was kriegen wir denn schönes noch? Besitz, okay. Oh ne, alles kacke. Nehmt das hier mit. So, wir können noch 4.000 Müssen ausgeben. Ja. Das nehme ich mit. Und... Was kriegen wir noch? 100 zu teuer. Messplash, dauernd wir aber nicht. Hergeben. Und ja, mal gucken, wie ich schnell drücken kann. Bis dann. Oder bis gleich. So. Da sind wir mit neuen Maps. Und... Ja. Bin gespannt, wie ich mich damit rumschlagen werde. Ich mag Pinsel nicht besonders, wenn man schnell drücken muss. Und ich kann es nicht. Sieht man ja. Ich kann es einfach nicht. Ich habe einfach keinen Trigger-Finger. Wie die meisten sagen. Aber gut. Bin gespannt, wie es im Tum-Kommando laufen wird. Soweit ich es richtig gesehen habe. Okay, da habe ich schon meinen ersten Kill. Sehr schön. Okay, okay, okay. Aber der nennt ich gerade eben hier. Lul. So. Ah. Oh mein Gott. Der hat die ganze Zeit da gecampt. Was bist du für einer? Starter. Mehr Trigger. Ah. Das ist halt übelst anstrengend, ey. Wie könnt ihr sowas spielen? Ah. Kacke. Hinter mir war noch einer. Okay, wir sind aber noch gut dabei. Dann gehe ich mal. Mach die Scheiße kaputt da hinten. Nein, mach kaputt. Nee, ich kann nicht schneller drücken. Man muss eigentlich doch viel schneller drücken. Aber ich kann es nicht. Das Problem ist, ich bin links dann und ich habe kein Gefühl in der rechten Hand. Wegen einem Unfall damals. Aber ja. Deswegen kann ich solche Waffen nicht spielen, wo man schnell drücken muss. Zumindest rechts. So. So. Die sind in Gefahr. Das ist sehr schön. Das lese ich doch gerne da oben. Das war jetzt fies. Das ist auch gemein da. Zwei Roller. Aber gut. Zack, 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 zack. Das ist ein bisschen ätzend. Oh. Hier ist ein Geekend. Hallo. Mach mal kaputt. Jetzt sind sie nicht mehr in Gefahr. Ein bisschen Pains. Okay, sie sind trotzdem in Gefahr noch. Am Ende gewesen. Mit dem, äh, Octo Brush, sag ich jetzt mal. Keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Hätte es geklappt. Mit dem Roller killen. Aber mit dem Quasto, mh, eher weniger. Hat man ja bestens gesehen. Aber fünf Kills, immerhin. So, schon mal gut. 2018. Zwei Punkte mehr, dann wäre es perfekt gewesen. Aber mal gucken, ob ich das in den nächsten Kampfhänden kriege. Seid gespannt. Alles klärchen. Dieselbe Map. Na gut. Meinetwegen. Rätenkanal ist okay. So. Uh. Der Roller ist zu den Dopplern gewechselt. Interessant, interessant. Interessant. So. Schneller geht's nicht. Tut mir leid. Wie gesagt. Tja, das ist kein One-Hit-Mitroller. Schon was anderes, mein Freund. Eins. Herzinfarkt, ja. Das ist jetzt auf mich. Sehr dankbar, danke. Machen wir das jetzt, das Spiel ist dauerhaft, oder was? Nein. Gut. Geht doch. Dann kann ich ja weitergehen. So, man kann sich auch so bewegen, wenn man es eilig hat. Oder flüchten wichtig, oder so. Aber zum Angreifen und zum Färben ist das hier besser. Logisch. Lol. Sind beide ernsthaft runtergefallen? Ach, Teammates, was ist los mit dir? Pinsel carried euch jetzt, ey. Oh, man ist durchgedrungen. Bam. Perfekt. So kann man auch einen Hammer töten. Das Spawn ist nicht mal richtig eingefärbt. Das übernehme ich. Voll unser Snipe. Flin. So. Dann die Mod Bridge noch. So, zack. Ich hoffe, ich hab's auch nicht alles eingefärbt. Chillige Runde, muss ich echt sagen. Und die haben so kein DC. Wahrscheinlich erst vor kurzem. Naja. Whatever. Habe ich meine 2020 Punkte? Ich hab nicht drauf geachtet, wie viel ich eingefärbt hab. Was zum? 2016. Ach, schade. Okay, das ist schon mal gut. Mehr Tinte. Perfekt. Weiter geht's. Ach, schade. Diesmal haben wir anscheinend kein Glück. Schade, schade, schade. Pass auf, vergewaltigen. Klappt nicht so ganz. Selbe Trick schon wieder. Oh Mann, oh Mann. Der lernt nicht dazu, oder? Also der Part wird echt gechillt. Ich dachte, es wird katastrophal. Aber scheinbar nicht. Gut. Schon wieder. Junge, wird's nicht langsam. Dann haben wir eigentlich... Zwei Mal. In der kurzen Zeit, ey. Oh, Junge, Junge, Junge. Willst du nochmal? Komm. Komm her. Komm her. Komm her. Hä? Jetzt hat er gelegt. Ja, super. Alles klar. Der war oben. Jetzt war er unten. Dann... Ja. Nee, der war unten. Dann wieder oben. Dann unten. Was für ein komischer Lack auf jeden Fall. Aber zweimal denselben Trick. So ein bisschen langweilig, denke ich mal. Äh... Okay. Hier ist es sehr eigenartig, was gerade hier passiert. Nicht, weil ich gestorben bin, zweimal. Aber... Die lenken doch. Ist doch eindeutig. Minus der Sploosh. Minus der Sploosh. Das ist Fersaneo, wie auch immer das heißt auf Deutsch. So. Da. Ähm... Gerät den Kanal. Mein Freund Das war nicht mit dem Fleischdaum Oder dem Hintenjog Aber hey, das sollte passen Sollte passen Junge Wenn du lost bist, dann komm her, Mann Ah Oh, der Leggy Typ Der Leggy Typ Ja, lecker Nom, 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 nom What? Der Roller Ah, ja Okay Äh Alles klar Muss ich jetzt nicht ganz verstehen Aber gut Es ist eine eigenartige Runde gewesen Hoffentlich ist es im Rangkampf nicht so Aber gut Drückt mir die Daumen, dass es nicht so ist Am besten nach oben und blau schlagen Danke Oh, ist auch ein guter Effekt Perfekt So Zum Kommando mit Tümmlerkoppel Tümmlerkoppel, nicht Tümmler Ah, dieser Phönix ist schon wieder da Und den hatten wir schon mal im Part Irgendeinen Part hatten wir nicht im Phönix Aber ich weiß nicht, ob er gut ist oder nicht Ich hab's vergessen Namen kam mir auf jeden Fall bekannt vor Naja, gut Austauschkill Wir sagen Trade Ich weiß nicht, ob man das Doch, tauschen heißt es, ne Trade Hä, was? Hä? Äh Da ist einer auf einmal verschwunden Und dann tötet er mich Und dann Hä? Was passiert denn hier? Es wird so einiges Seltsames Get off my way Get off my way Ich hasse Contra Das ist so Eine schlimme Waffe Und nervig Dafür braucht man kein Aim Es ist Einfach traurig Dass solche Leute noch spielen Na? Ah, Misses Was hat mich denn jetzt Kurt, Peter Was soll das? Immerhin Mit Hochdruck Verunreiniger Aber trotzdem Traurig Weil das mit dem Schwarmaketen Das ist Noch nie trauriger Als der mit dem Hochdruck Verunreiniger Das sind da nicht Team Was soll das? Was? Warum? Alle sind tot Ja, wunderbar Dann haben wir Schon verloren Die Map ist echt Scheiße Ja, klar Sonst noch was? Hm? Hm? Vielleicht noch mal Splashdown? Nee Aber ein Austausch Kind Mein Team Färbt nicht ein Die haben So kein Airbrush Hallo Wo ist der Typ schon wieder hin? Der war doch gerade eben hier Genau dich habe ich gesiegt Du Arsch So Jetzt macht mal Das wird so nichts Sie springen alle Aufs dem Turm Jetzt wurden sie Schon runtergescheucht Ah, Phönix Du Arsch Nein, um einen Punkt Boah Das ist bitter Das ist bitter Das ist echt bitter So Schnell Entscheidung Zu springen Wo bist du jetzt schon wieder? Hab dich Rechts ist noch einer Gut Hab ihn Komm Team Komm, komm, komm Wir müssen irgendwie Carrying Jetzt Das tut Nice Du stupst jetzt auch Nice 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 Team Ah Irgendwie noch gewonnen Ich weiß zwar nicht wie Aber gewonnen 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 Okay Das war sehr wichtig Am Ende Was ich gemacht habe Anscheinend Puh Es ist echt übel Aber so haben wir unseren Rang B- Schonmal safe Mit 13 Killed Naja Das wird schonmal fit Ah Perfekt Wir sind gespannt Wie es im nächsten Kampf Laufen wird Und hoffentlich Kriegen wir das Geld Noch mit rein Was ich gerade Ausgegeben habe Vorhin So Uh Wir haben mal Glück Im Rangkampf Immerhin Sehr sehr schön Sedrick Mit Komischen E Achso Weit nach vorne Ich geh mal hier entlang Wenn dieser Bereich Hier eingefärbt ist Bei uns Dann können wir Sehr wahrscheinlich Gewinnen Da die Gegner Hier Öfters Reinkommen Durch den Weg So einer bist du So einer bist du So einer warst du Ich bin markiert Und ich bin hinter dem Fall Was war das denn Oh man So Gegner Ich bin da Ich bin da Yes Sehr schön War wichtig Nochmal ein Kill Und Chaos So geht das Einfach Carrying Oh man Oh man Oh man Also der Part war echt entspannt Also echt Easy Ich glaube ich überlege wirklich Brushmane zu werden Ne ich war es Eigentlich nicht Es wird so anstrengend Das da rumgedrücke Naja Auf jeden Fall Wenn es euch trotzdem gefallen hat Gebt Daumen hoch Wenn ihr extra passen wollt Abonnieren Block aktivieren Mit allen Videos am besten Und haut rein Bis dann Und ciao Ciao